Herr Präsident, Herr Vizekanzler, Frau Staatssekretärin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Greiner. Ich darf es Ihnen jetzt in aller Ruhe noch einmal erklären. Es ist so, es gibt, es ist keine Rede, ja, Herr Kollege Neymarzen, zuhören, zuhören. Folgendes ist Faktum, und durch Ihre Behauptungen wird es wirklich nicht besser. Es ist Faktum, es gibt einen Hotelbetrieb, der übrigens Gott sei Dank diese Krise überlebt hat, unter anderem auch durch diese Förderungen. Wo es darum ging, auch Arbeitsplätze zu erhalten, wenn die Förderung nicht geflossen wäre, wären nämlich diese Arbeitsplätze verloren gegangen. Nehmen Sie das einmal endlich zur Kenntnis, liebe SPÖ. Und wissen Sie, was auch Fakt ist, wissen Sie, was auch Fakt ist, eine politische Akademie könnte gar nicht dort Geld hinunterschicken, sozusagen in den Betrieb, weil das wäre nämlich zweckwidrig. Und das würde der Rechnungshof zu Recht monieren. Nehmen Sie das auch einmal endlich zur Kenntnis. Und zum Abschluss, ich finde es schon wahnsinnig eigenartig, uns allen geht es ja hoffentlich darum, dass wir Arbeitsplätze in diesem Land erhalten. Das, was Sie hier ununterbrochen von sich geben, ist immer nur, es soll keine Förderung geben in der Krise. Und es hätte so konsequent, und das sollten die Zuseherinnen und Zuseher wissen, dass Tausende, Zigtausende, vielleicht sogar Hunderttausende Arbeitsplätze in dem Land dann verloren gegangen wären. Vielen Dank.